Mein Name ist Cornelia Grein. Ich bin die Assistentin der Geschäfts- und Vertriebsleitung und seit fast 43 Jahren bei PFT. Am meisten Spaß in meiner Arbeit macht mir die Abwechslung, dass jeden Tag irgendwas Neues auf dem Tisch landet. 2022 feiern wir jetzt 50 Jahre PFT, 1972 gegründet und ich freue mich schon total auf die verschiedenen Aktionen, die wir für unsere Kunden und auch Mitarbeiter planen. Besonders in Erinnerung habe ich vor allem die Messen bei der PFT behalten. Es ist toll auf der Bauma mitzuhelfen, mitzuwirken, das Ganze zu organisieren. Auch interessant sind natürlich die vielen Tagungen, die durchgeführt werden und da die Kollegen weltweit zu treffen. Ja, auch außerbetrieblich haben wir bei PFT schon einiges organisiert. Wir haben schon einige Drachenbootrennen mitgemacht, wo wir 2018 den dritten Platz als tolles Ereignis hatten. Dann natürlich auch in früheren Zeiten die Betriebsausflüge. Da ist mir ganz besonders in Erinnerung meine erste Zigarre. Für mich ist Knauf PFT als Arbeitgeber besonders wegen der Wertschätzung und der Zusammenarbeit mit den Kollegen. Ja, 50 Jahre PFT. Ich bin stolz, dass ich 43 Jahre davon mitgestalten konnte und freue mich auf die nächsten Jahre.